zurück ja ich weiß jetzt nicht wie viel haben sie verpasst nicht viel nur noch ein bisschen gefahren auf jeden fall haben wir hier ein event gefunden und wir haben neue rüstungen ja ich glaube meine rüstung kennt ihr schon aber seine noch nicht die komplette barbaren rüstung ja ich habe immer noch die hexer rüstung glaube ich ich glaube neue neue zauberstäbe ich habe jetzt auch die großstab des eises benutze ich kann ja was das also wir haben hier auf jeden fall ein event gefunden diesen paar level über uns diesen level 19 erst auch level 19 und die gegner waren 23 24 und jetzt haben wir von denen diese portal steine gefahren um das portal zu öffnen und wir wissen nicht was dahinter ist wir werden es gleich herausfinden aber als erstes sehr gut dann attacke war rein ort heran gilde haus können wir uns eine gilde erstellen ist ja witzig jetzt kommst du ein dorf rein weißt du kannst du eine gilde erstellen boah geil es wird wahrscheinlich wieder eine neue neue storyline geben aber wir haben gelernt erst mal nach dem weg laufen ja und nach mpc suchen und nach quests ja ich bin auch im ladebildschiff jetzt nicht mehr sieht schon mal gar nicht schlecht das sieht sehr einladend aus mal schauen was es hier gibt gulbeerenbusch schauriger tintenhut geister gingo titanium erz gold erz obsidian block anthocyt block ja hier können wir theoretisch auch fahren ich bin mal hier in dem haus drin aber merke ja wir können nachdem wir die quest hier erledigt haben nicht mehr hierher was kannst du noch in diese china welt gehen ist vorbei erstmal wir sollten hier alles fahren was geht alles mitnehmen was geht ja das ist aber ganz schön scheiße tja weil eigentlich bekommt man die objekte nur wenn wir den nächsten boss besiegen danach erst um so viel obsidian hier liegt wie viel sollen wir mitnehmen keine ahnung ich habe ich habe jetzt ganz rundig guck mal erfahrung erfahrungspunkte an ich habe gerade 800 erfahrungspunkte bekommen ernsthaft? ja! ich will obsidian abbauen geil ich habe schon 31, 2, 2, 800 400? 800 greenes portal fragmen ja was denkst du die sollen wir mitnehmen? wieviel hast du? ich bin jetzt bei 40 ja ich auch okay ich denke mal 80 reicht oder? nee machen wir mal jeder 50 fertig 45 46 47 48 49 50 ich hab 51 ich hab jetzt 51 ich auch so mal hier rein schielen hier sind die nachmittag grüne parteifragmente kriegen wir hier gehen wir mal hier in das haus rein wo unsere teleporter war der teleporter ist aber noch da gut und mir schon mal nix hier oben ist nur ne vase hier oben ist wieder ne antike mumie das waren auch die gegner wo die das rote portal gemacht haben und die haben einiges drauf die ziehen auch ein oh die droppen seidenstoff nice die noch einiges an energie und vor allem an mana oh da oben ist noch was mensch wo? hier auf dem dach ich komm da jetzt nicht hoch soll man die bären mitnehmen wenn das so event mäßig ist hulbären busch nehmen dann auch mal setzlinge mit gell? die tun nur hier wachsen normalerweise ich muss mal gucken was da dran steht wenn das steht die werden nur in ihrem und da fack gibt es erstmal stein runter das sind die sagen wird nur natürlich nur in seiner natürlichen ok dann kann ich das nicht wegschmeißen junge ich finde die obsidian schleifsteine aber die bären und da ist aber die bären nehmen oder? den können wir vielleicht gute tränke machen oh ich glaube hier könnte ich wieder mein eisstab rein nehmen jo ich geh mal hier rein plünder schonmal ok ich geh schonmal hoch oh level up oh ich hab 3500 exp dafür bekommen 4000 alter ich bin auch bei level up alter hier kann man richtig gut level ich geh mal nach oben ja natürlich und ich geh natürlich nach oben und was ist oben? 2 munien oh oh ich muss gießen da oh oh sorry leute aber hier ist schon voll gerot sorry sorry antike goldszene habe ich bekommen nice sonst nix mehr? ne n 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 ich bin ja vorbereitet so ein jetpack wäre nicht schlecht auch kein jetpack naja stimmt seine 400 blöcke da oh mein ich hab einen block ausgelassen tja so schnell kann es gehen das ist auch schon auf der andere wir sollten ob sie dir mit dem kummer wie viel obsidien hier unten ist ja wo bist du hier oben ich habe mir eine übersicht hier verschafft weil ich sehe dass da drüben ist da auch noch mal ein haus drin ach so weil der den pilz doch doch weil der den pilz da unten anvisiert hat ist das so blöd und schon wieder yolo gold auf jeden fall ist ja es geht sogar relativ schnell ja es geht schnell wir brauchen gold um die workbench und co abzugreifen also jetzt wird es ein bisschen gefahren werden in der folge wir haben was schönes erreicht wird wir haben jetzt auch mittlerweile schon sehr früh als vier morgens es ist schon vier uhr ist schon vier uhr morgen und wenn ich mag schon anders wir haben wenigstens ein bisschen licht hier hattest du jetzt eigentlich deine face cam an oder nicht nein habe ich ausgelassen mein verschlafenes gesicht und die urzeit braucht niemand sehen vor allem meine haare sind nicht gemacht wie gerade umlaufen wie der letzte mongo könntest du darüber wollen kann ich ja darf ich hier noch das gold aus worüber da auf die insel ja darüber hier wo ich stehe nein da wo ich stehe darüber ja genau wir hätten auch hier runter springen können das hätte ich habe ich jetzt nicht gesehen aber egal lustbar weiter kann da nicht platzieren jetzt müssen wir da irgendwie hoch bauen warum gibt es da oben was ja gebäude ja komm her stell dich genau auf mich spring reicht junge die machen so viel schaden und hier der ist draußen das ist von mir egal ist der tot oh nein ich dachte gerade du kämpfst mit dem ja ne der ist von mir weggelaufen ja der hat Angst gehabt übel erstmal alles kaputt ja du machst hier unten alles kaputt ich gespür und heil dich mal bitte Leute hier ist gegen ja ja nur einer guck auf die erfahrungspunkte guck auf die erfahrungspunkte ohja 3000 nur fürs abbauen alter nur alter boah ich hab ne idee bitte auch ich geh einfach hoch und schreit guck mal hier ist ein eisfallig komm mal hier durch wir gucken wie viel es abzieht komm mal zu mir ich weiß nicht ist jetzt nicht so der Burner hey das hat gar nichts so kleinen Augenblick bitte ich bin jetzt level 20 ich hab talentpunkte zu verteilen oh ich auch was für ein talent nehmen wir dann Kettenangriff nachdem du dreimal hintereinander Schaden ausgeteilt hast wird dein nächster Angriff 50% mehr Schaden verursachen ein echo reduziert die mana kosten was alter level 20 ok guck mal ich kann entweder nach 5 Sekunden stillstehen 300% Mana Regeneration oder 50% Chance dass ein Feind eine Mana Kugel fallen lässt oder 10% Chance bei einem Treffer Mana im Wert von 25% des zugefügten Schades wiederherzustellen für das letzte ne ja und Attribute noch zack 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 geiler scheiß aber sonst gibt es hier nichts gah so nebenbei mal ja aber ich wollte xp man hier gibt es die meiste xp 3000 für ja die ganzen Fische hinter dir mitnehmen weil das sind schon viele siehst du hier gibt es doch noch was büsche ja gulbeer ja bin ich mal gespannt was sie da raus machen so von wo kommen wir? von hier? ja ja ouch jall hmm hmm aber guck mal die Insel hier das ist doch die Hauptinsel ja wo ich jetzt hinguck die hier mhm guck mal wie tief die nach unten geht da gibt es 100 pro Dungeons nach unten guck mal ok aber tausendprozentig kannst du hier mal hoch bauen? ich wollte jetzt grad hier rüber bauen aber ok wo rüber? ja hier auf die Insel auf die Hauptinsel wieder ja so komm her ja komm her komm her da ist auch wieder eine Hütte mhm blöder brache ey ja wie das war's schon aber die Hütte ist doch höher ah ne das ist nur so Dachboden oder Stuhl wie du es auch nennst Dachstuhl ja so nennt man das also ich nenne es wie gesagt Dachboden ich akzeptiere deine Antwort auch die Klo gibt es auch einen Stuhl oh da drüben ist auch nochmal was oder kommt die von da? keine Ahnung ich hab komplett die Orientierung von da ja ähm ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht ich dachte hier gibt es jetzt noch irgendwie anderes Zeug irgendwie nochmal Quests oder so nein du hast irgendwas sagt von einem gewissen Erz mhm warte Titanium Erz stimmt ja ich weiß gar nicht warum wir das vorher nicht gemacht haben wir müssen hier noch ähm irgendwelche Dungeons übersehen haben hier ist keine Hütte ja boah alter ich mach hier voll die Risky Moves oh aber ich glaub du hast recht mit deiner Ahnung Entschuldigung mit was? mit äh dass da bestimmt noch irgendwo Dungeons sind weil die so tief runter geht ach da war du schon irgendwo ja ich will da links rein gucken ich bau halt jetzt nochmal nach links oder keine Ahnung Wunder gescheit mhm aber nicht komplett nur zum Teil ne ich hab hier irgendwas gesehen achso weil es dunkel ist spawnen hier jetzt auch diese aber hier ist auch nix schattenritte der verflucht das ist die Anfangsidee das ist die Anfangsidee gell? oder? welches Level sind die? auch 13 3,20 hier waren wir schon oder? ne wie wie die Häuser sind neu hier waren wir noch nicht vor allem sind da wieder Gegner drin in den Haus falls ja 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 doch 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 aber hier waren wir schon glaube ich oder? ja das ist die hauptinsel oder? die haben wir doch vorhin...ne das ist gerade sehr verwirrend das ist aber die insel wo es so tief geht ich kann gerade nicht mehr einfach mal quer durch ich mach so eine schöne treppe nach unten ich schau mich noch mal hier um du bist durchgefallen nein in ein dungeon gefallen? nein aber hier gibt es das erz titanium? ja ach guck mal wie es aussieht so sieht es aus ziemlich geil aus wahrscheinlich wenn ich da runterfalle verreckig oder? scheiße ach du heilige scheiße ne ich glaube ich verreck spring du verreckschnitt mehr als vier herzen abgezogen ok spring spring siehst du? zweieinhalb aber hier ist es nicht dunkel ja hier guck da ist das erz oh ja was ist das? frag mich für was wir das brauchen? antorsitblock hier sind auch die antorsitblöcke ja einfach mal fahren wahrscheinlich brauchen wir 10 titanium erz für einen titanium barren oder so ja kann ich mir auch rufen haben was macht man mit diesen antorsitblocken da? ich hab keine ahnung vielleicht ist es eine weitere art von stein nein das ist viel zu werbvoll guck mal der blinkt und leuchtet ich hab grad ne mega kader davon gefunden ja gut wir sind schon bei 19 minuten ja ja gut leute dann würden wir sagen die beide farmen jetzt noch hier ordentlich die sachen zusammen was auch immer das hier alles ergibt und wir sehen uns dann einfach in der nächsten folge ja? ja wir schalten ein jawohl wenn es wieder was interessantes gibt wahrscheinlich entweder wird es ich hab schon ne vermutung was sein könnte werden wir sehen ja alles klar also haut rein haut rein ciao